Oh Gott! Ist offen! Okay! Ich geh mal rein, mal gucken was da ist. Oh scheiße! What the fuck! Die warten übel gerade! Telefon! Stankhinlage! Da geht den Wecker nach ran! Wow! Level 8! Ich hab erstmal gar nicht gecheckt, dass das brennt. Ja, dadurch geht man glaube ich durch den Tresor, das brennt sich jetzt durch die Wand durch die Decke. Ja. Deswegen braucht man auch dieses Termin. Hier müsste nur ein Eingang sein. Also müssen wir eigentlich nur auf den Haupteingang auffassen. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Ja, und wenn... Da geht's nicht, wo kann man was? Ja. Wichtig, die hier zu machen. Wie lange... Hä? Wie lange hält der denn aus? Oder gehen die gar nicht kaputt, also machen die nur so abschießen. Doch, doch, die gehen kaputt. Komm mal einer mit! Wohin? Wohin? Warte, Mann. Aber ich brauch da auch Munition. Ich hab nix verloren, Mann. Ja, René hat alles abgefangen. Ja. Geil. Der Blei schick ich dir zu. Oh nein, ich komm jetzt über die Aufzüge. Und passt auf wegen den Taser an die Sprügeln richtig. Aufzüge. Ja, ist links und rechts, kommen sie durch die Aufzüge. Lass mal ein bisschen aufteilen, dann können wir die abfangen. Pass rechts auf. Okay, die resten sind noch zu. Ne, hier ist einer auf. Hauptgang. Ja, einer passt zur Hauptgang auf, würde ich sagen. Guck mal Hauptgang da. Bloody guckt halt nicht auf den Haupteingang. Äh, das ist professionell. Ja. Äh, brennt sich das weiter durch, oder müssen wir auch wieder da hin? Der brennt doch. Sieh doch. Wir können da nicht hingehen, wenn es da drin ist. Denke ich zumindest. Jetzt kommen sie mit Auto-Shotgun, ey. Hammer. Voll die Publix. Taser. Wir hätten echt paar Granaten mit dem sollen. Hier kam einer ausm Auszug. Danke für die Munition, Dude. Oh. Oh. Ich hab mich mal kurz umgedreht. Lol. Hauptgang kommt ziemlich viele. Einer. Nee. Von mehr dort. Kannst ja sehen, wie viele da schon liegen. Das ist mal Muni eingesammelt. Wir müssen die Muni auch irgendwie jetzt nicht, ähm. Ja. Mal ein bisschen Muni. Mal ein bisschen. Mal ein bisschen. Ja. Mal ein bisschen. ganz besser. Das ist glyk Ihr 편z. Mann kann auf zwei Dosen Termin da reinhauen und ein beschleunigt. Dun da das! Leute, du hast dich gerade angehört, wie den Headcrab! Ehh, ja. Zombie ist okay, aber Headcrab, seriously. Auf Kopfkrabler halt. Du hast Futter und gehalten, ja. ist offen oder hat nicht mehr lange grob ich check mal wieder die lage ruflevel erreicht und drei muss es brennt vor sich hin rauszukommen wird richtig hart jetzt ist offen ich würde sagen zeit passen auf zeige ihn rein hier praktischerweise ok hier sind vier taschen wir müssen alle vier runter so viel cash man das ist scheiße aus das ist eine art tumor oder so wir nehmen jetzt die taschen aber die tore gehen auf deckung gehen deckung ich stehe bereit feuer wir müssen uns trotzdem nach vorne arbeiten ja aber wir können jetzt hier weiter los ran rennen raus los rennen raus der treppen hoch einer rechts einer links was war das denn bitte da oben ist ein fetter mann in so einem bomb er wahrscheinlich gesprengt das ist recht what the fuck da wollte einer ganz sicher gehen langsam durchgehen bladi du rennst schon wieder vor hier sind noch voll viele gegner ich halte hier nur die stellung damit die uns nicht von hier die stellung und lässt die zehn anderen äh hinter uns ok das worte einheit kommt runter der deckung der deckung der deckung der deckung der deckung zurück zurück schilder geil alter wie fällt denn der aus wir haben gerade zwei nachkampf voll die pistone müssen reingehauen oh tasche geil muni 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 oh jetzt auch alles sniper oben rechts yo hab ihn nice shotgun links shotgun überall wo müssen wir das überhaupt hin durchquere die lobby ok So viele Prozessen können ja nicht die Stadt haben Von hinten kommen sie auch, also auch manchmal da hingucken Gießen sie ja gerne mit der Spaß in den Rücken Da spring ein Loch, wo? Da oben? Na super, warum sind wir dann in die Lobby gelaufen? Hätten wir auch direkt an ihn laufen können Alter, die laufen manchmal so schnell Irgendwie an die Missions-Fail C4, yeah, es geht los Run like motherfucker Okay, wir müssen in die Memories, ja genau, gut Weg 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 ICH Autsch Zeit zu fliehen, boah, drei Minuten haben wir Hä? Werden sie auch gar nicht rausgekommen Die Wand Aber die warten auch schon hier Oh, da ist schon wieder so ein Typ in Bombsuit, Alter Wie sieht denn der aus? Ey, ich brauche Hilfe Hilfe! Ja Ich bin da Wie die einfach weitergehen? Man hilft dir auf Wer ist Mann? Danke Danke So, wir müssen uns Gas geben, wir haben jetzt Zeit hier mit Ja, wir müssen uns Gas geben, nun Ich hab uns noch zwei Geisteln geschafft Ich hab uns mal noch zwei Geisteln geschafft Drei Darf hält uns die Kobbes ein bisschen vom Hals Ja, ich hab die, ja gut, ja gut Ich hab die verbunden halt mit Kabelbindern, ne. Ja, ja. Oh. WTF? Taser! Taser! Taser, ich bin... Ich bin betäubt. Das tut so weh. Danke. Ich hab keine Muni mehr. Taser ist Geschichte! Hier ist ein Fluchtfahrzeug, go, go! So, sollen wir da rein, oder? Oh, nice! Nicht schlecht. Höchste Anteil von Kills, Bloody, 69. Höchste Anteil von Spezialkills, René, 5. Höchste Präzision, Bloody. Am meisten aus der Gefecht gesetzt, Deredon, einmal. Glupe. 153 Kills, meist. Ja, man, davon hab ich 69 gemacht, ihr Noobs. Ja, wir haben die anderen, wir haben das Geld geschafft. Echt mal? Getötete Zivilisten ein, wer hat mit den Zivilisten getötet? Nein, keine Ahnung, ich glaub nicht. Der hab ich komisch angeguckt. Der hab ich komisch anguckt. Da hab ich das einmal aus Versehen gemacht. Ja, ich würd sagen, der nächste Map, wa? Yo. Ja, aber mach mal auf normal, ey. Das ist auf easy ist das zu easy. Guck mal, wie wenn man... Nee, find ich nicht. Ich find, das ist so ein Ort, wir können mal später auch nochmal... Ey, wir sind noch voll die Bobs. Schaltet man neue Sachen automatisch frei, oder muss man die irgendwie kaufen? Ich glaub, man schaltet die automatisch frei. Ja, denk ich auch. Ey, das ist das Chapter von Grat, oder? Ja, doll. Ja, toll. Aber ich hab ihn sogar jetzt holen, aber ich nehm mal lieber Moza Sascha. Ja, aber doch nicht nochmal dasselbe Level. Nee, der hat automatisch ausgewählt, war man. Ja, so was anderes. Wie geh ich mir jetzt zurück zur Lobby? Voll, Mann. Ja, toll, ich kann nicht zur Lobby. Wie? Ja, ich kann nicht zur Lobby. Ich kann nur Spieleinstellungen bearbeiten, das sind meine persönlichen... Ja, gehen wir, er geht mal kurz raus hier. Ja, mach mal. Spiel, kann man hier raus, Spiel fortsetzen, herausforderung... Einfach Escape, und dann... Spiel beenden. Ja, was bedeutet das nicht komplett? Ja, ne, ne. Okay. Äh, ja, dann mach mal wieder auf. Online-Spieler entbliert... Spiel einrichten... Mach diesmal direkt privat, nur für Freunde. Neuestes Pflaster. So. Jo, ist offen. Ja, Latein. Musst du dir an Friendless auch gehen, versuch. Ja, geht. Ja, das auch. Lazy Leader, würde ich sagen, ne? Äh, Maske... Already? Äh, ja. Ja. Ja, komm, hau rein. Ja, okay. Let's go! Wie viele Ränge ihr auf einmal gestalten gestiegen seid. So, am Anfang geht es halt schneller, ne? Die ersten Ränge sind natürlich schneller erreicht, als nachher dann von 24.25 oder so. Nehmen wir, wo es sonst schon wird und äh, zusätzliche Kabelbinder. Und was wir überhaupt machen hier? Gibt's überhaupt irgendwie ne Beschreibung? Naja, nicht wirklich. Match mal, bluddy. Ja, Moment. Nice, Mann. Okay. Ich nehme die Pläne. Du wegst die Sicherheit. Nein. Das war nicht der Plan. Geht nicht alles auf. Da ist Slick. Jetzt kenne ich die Schmerzen. Was denn? Was machst du, Mann? Leute. Alle reden total normal. Und der eine Assette... Leute, verarsch uns! Äh, wie kommen wir jetzt raus? Mach die Tür da doch. Boah, warte Nupe. Da läuft schon wieder durch einfach. Ich glaub, äh, die Mission ist röschen. Ich glaub, äh, die Mission ist röschen. Schon einfach ein Auto zu nehmen, weißt du? Und läuft jetzt hinterher. Ich glaub, so durchlaufen können wir einfach nicht. Was ist das hier? Ist das hier Star Wars, ey? Klone überall? Warte, fehlt hier ein Mann? Ne, da eins, zwei, drei, vier, doch. Okay, gib mir die Location zurück. Los geht's! Oh, 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 oh! Die Mission ist wirklich verrückt, aber definitiv die Schmerzen der Fall. Wir brauchen eine Aktentasche von rechts. Ja, voll. Ja, der hätte ja geklaut. Oh! Oh! Oh, direkt neben uns! Boah, blutty! Ja, voll. Zauber gerade. Get down on the ground! Taser, Taser! Oder? Na, auf jeden Fall hat der so ausgedrückt. Ups, ich hab nicht viel Lissen getötet. Geh runter, du Bitch! Auf die Knie! Bleib gleich, wo du bist! Bleib gleich, wo du bist! Bleib gleich! Bleib gleich! Oh, jetzt hab ich den Gator gebetet. Boah, von wo fracken die mich denn bitte an, Alter? Von. Boah, Alter, die kommen alle von links hier. Und ich find' ihnen links. Hier ist ne kleine Lücke. Ja, ich hab mir mal Schatz gesucht. Leer. Auf beiden Waffen. Kann ja wohl nicht angehen hier. Bin da ein bisschen gerade gefickt. Ich leg mal hier ne Munitions-Tasche aus. Ich will den ge... Ich brauch Hilfe hier. Komm hier rein! Ich hab keine Munition mehr, Alter. Soll ich über die ganze Straße laufen? Wo zehn Leute neben mir sind? Wo ist die Munitions-Tasche? Wo ist die Munitions-Tasche? Ja, ich hab sie noch nicht gelegt. Au. Komm hier rein, Micha! Komm hier hin, hier, hier, hier! Hier, warte, ich leg Munition hin. Wir laufen, die Rebo, Guys! Gib mal, äh, Rückendeckung. Ich heb' den Typen mal. Rückendeckung, Rückendeckung, sagt er. Ready? Ja, go! Komm, von vorne, rechts! Ja, von vorne, rechts! Boah, wie viele auch, ey! Oh, danke, Mann! Let's go! Oh, ich schieße immer auf die Geiseln! Alter! Was ist die, ich schreie? Ja, hör, hör, hör! Ja, da werdet ihr halt erschossen, ey! Schreit doch nicht deswegen nicht! Aber nur, dass das Spiel überhaupt nicht da schon rausgekommen ist, ne? Wo man Zivilisten töten kann. Ja, auch. Geht. Down! Olle, hör auf zu streien! Na, auch nochmal Munition holen? Ja, auch ich auch. Ist das ewig, ey? Hoffentlich. Äh, kommt auch ein paar mehr. alter verbinden die olle hier ich mir auf dem sack weiter einfach ich nehme sie jetzt okay einfach in den mund stecken einfach teabaggen okay ich stehe einfach das karriere und dann schweizisten getötet das war sie nicht gut oder die mit ihrer auto shotgun man richtig nervig er so ein präzisum kann keine stadt haben das sagt man nicht er ist ein dicker ja ich habe es und schieße kommt hier durch die seiten die straße entlang und dann links weil er hier ist ein skateboardladen da kommt kommt der merken auf uns zu das ist unser vierter mann und schilder scheiß ich brauche kann ich brauche granaten echt manne ich denke ich auch ganz zurzeit aber es kommt nix aber es kommt nix oh mann oh mann so ich leg moni ja wir gehen das mal das war 85 schuss hier moni ich glaube ich schieße mich durch die wand gerade oh ein hecker halt ne was und so alter es ist unglaublich viel hier sind ja der police city er kommt auf die idee der bank aufs raum im boli city aua sniper er ist wieder hier ab hier und also hier ist klärner was er war einer von euch rasch mal rüber so mir so jetzt können wir 22 nach vorne stürmen also nicht nach vorne stürmen es war abschließend die kommt auch zu mir ja der blatt ist halt kein stratege hier irgendwie anscheinend ist doch klar aber rené ist schon fast tot ach passt schon warum bist du fast tot lol schon wieder speedhack wallhack alles haben die da kommt da ist ein heli kann ich den heli einfach nehmen lol von hinten kommen die hier auch noch ey schlag dich rum ey manche scheiß zivilisten laufen ja in den schuss rein ey oh fickt euch doch ey sound ja wo aber von hier kann ich die ein bisschen clear oh fuck einer mit taser ey boah einer in einem bomb feud man alter alter danke ich habe das jetzt nicht so wie bei call of duty die die hören erst auf zu sporen wenn man weiter geht nur mit deiner shotgun man kauft hier mal Skill anstatt eine shotgun ah oğlum ach okay hat ein Unfall gewohrt das habe ich gar nicht mitgekriegt Was ist das? Tauch ihn wieder, Mann! Okay, lass uns sehen, wie lange du left hast. Fuck you! Aua! Äh, Shotgun nur irgendwo auf der Straße, ne? Sturmangriff wieder! Alter, geh runter, du scheiß Ziviles! Ich glaub, wir wollen sterben, ey, kann das sein? Denk schon, ja. Steh ihr halt mitten auf der Straße? Wo 20 Polizisten rumstehen? Oh, jetzt kommt... Shotgun-Bombentyp! Oh, hab' mir daumen gekriegt, ey! What the fuck, ey, werd' ich aushalten! 2 Magazine von meiner M4! 2 Magazine von der M4! 2 Magazine von der M5! 2 Magazine von der M5! Ah, Sivilisten! Fuck, ich bin da, Mann! Wo? Ah, da! Du schaust nicht zu gut. Die Feuer ist in der Fall. Ich brauche ammo Ja, hier ist der, äh, die Waffentasche Aua Oh, gut work fellas, just brought us some time. It won't be long until the next assault wave though, but focus on the plan. You got hostage rescue units coming in Get crackin' Ich mag's blutig Doch, zappelnd I like it bloody Ah ja, ein bisschen Oregano dazu Ja Mann, brennt schneller Der ist schon knusprig Er schreit, er schreit ja nicht mehr Ja, das ist ein ganz klare Zeichen Da ist er, da brennt er Wenn du dir gegen eine Wand wirfst und der bleibt kleben Nee, der fahr mit Nudeln, scheiße Alter, hier schießt ihn gleich Was, ich muss ihn halt mit Ah, Sniper! Sniper, oben rechts Hab ihn! Hab ihn schon Warte mal, ich hab den gar nicht gesehen Nur den Schuss an sich Ja, aber vor den Heller drückt So, wir müssen ihn jetzt hinterher schieben Lauf Bitch Boah, das ist ein infected Boah, das ist ein infected Hahahaha Warum, ich hab es nicht genau mitgekriegt Aber warum können wir ihn nicht einmal erschießen oder ihn legen lassen Geh, geh, geh Irgendjemand erfand mal sowas wie Menschenrechte Ja, der sollte erschossen werden Geh, geh, geh Ich treib hier so ein bisschen an, ne? Ja, schieß ihm vor die Füße Ja, schieß ihm vor die Füße Ja Ja, und dann bist du halt halb durch Und hast Kein Ohr mehr und so Lauf einfach Oh, wo ist denn der Shotgun, Mann? Ey Hey Alter Alter Die haben Aiming, ne? Von wo die einen anfragen, ne? Wahrscheinlich schießt er auf unsere Nase, die raushängt Ja Ja Headshot So Das ist der Spawnpunkt Ja, also Hahahaha Ah ne, wie müssen wir hin, sogar Sowohl Hast du Wie müssen wir raus? Ich muss raus, die anderen Spawnpunkt Hey Du Geh Geh Ich Geh Ja, klar Jetzt müssen wir weiterlaufen Ich Geh 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 Okay, wir gehen raus Und Geh Nicht um so viel Hey Du Geh 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 Ein Tor Der Polizei hat einen Zivilisten. Oh, Wahnsinn. Schieße ab und zu mal mit der Pistole. Und fahr auch nicht immer direkt die SMG raus. Der läuft rechts entlang. Das merke ich schon, ja. Geh runter, Schlampe. Ich sparte mal hier den Bot. Ja, sein Idiot, der läuft auch weiter, ne? Ja, Mann. Ich meine, ich bin ja halbtot. Ich kann ja jetzt aber auch weiterlaufen. Boah, Olle. Hör auf zu schreien, ey. Komm, gib mir den Gnatschuss. Alter. Fuck, Mann. Ich brauch mal Emme, ey. Ja, ich bin aber bei 17 Schuss. Ich hab einen Schuss noch. Tod. Ende. Vorbei. Alter, geh runter. Wo ist die denn? Bitch.